Sie waren ein absolut super tolles Publikum und alle Akteure des heutigen Abends möchten sich noch einmal ganz kurz von Ihnen verabschieden mit Armani Fensi, jetzt ist es los. Applaus Das Vorstandsmitglied der deutschen Meisterkundi und Frau René Kettweitz überreicht allen Läufern noch ein kleines Erinnerungsgeschenk und es geht weiter mit Jessica Fusina. Applaus 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 Tito Long-Ju Chen. Tito Long-Ju Chen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.